Ab wann darf man was trinken? Große Überraschung, Cola oder Kaffee, auch mit Milch, sind schon ab 0 Jahren erlaubt. Man sollte aber vielleicht erst so ab 14 mit Kaffee anfangen. Gar nicht mal so geil. Überraschung, auch bei Energydrinks gibt es keine gesetzliche Altersgrenze, man sollte aber wegen des hohen Koffeingehalts auch erst so ab 14 anfangen. Eine weitere Überraschung, Bier, Wein und Sekt darf man in Begleitung der Eltern schon mit 14 trinken, ansonsten aber erst ab 16. Und hochprozentiges wie Korn darf man erst ab 18 Jahre trinken, wobei ich immer weniger trinke, weil das mir einfach zu viel Energie raubt.